Guten und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky-Bubbler. Und heute ist die Frage nach einem Whisky, den ich gerne alleine trinke, in der Whisky-Challenge, die ich ja auch alleine mache. Also welchen Whisky trinkst du denn gerne alleine? Einen Whisky dabei rauszusuchen ist natürlich super schwierig. Ihr seht schon im Hintergrund, es sind schon zwei, aber man kann es kaum erkennen. Es ist jetzt hier ein Glen Tauchers. Das ist aber nicht das Hauptargument, sondern hier geht es mehr alleine. Ihr wisst es, ich trinke eigentlich lieber mit Freunden. Ich trinke viel alleine vor der Kamera. Von daher kann ich sagen, alles, ihr könnt es bestätigen. Aber es gibt eigentlich keinen richtigen Whisky, den ich ganz alleine einschenke. Was ich schon gerne mache, ist zum Beispiel so eine Abfüllung aufzumachen an irgendeinem Anlass. Aber die nehme ich jetzt nicht mit zu jedem Stammtisch. Ich nehme sie mal mit, aber danach gucke ich auch gern, weil das sind Abfüllungen jetzt von 1985. Also mein Geburtsjahr, Whisky hier. Hier ist jetzt zum Beispiel ein alter Vanje, 16 Jahre, Glen Dullen, Glen Tauchers. Der wurde jetzt 96 abgefüllt für so einen Berliner Whisky-Club. Hatte ich, glaube ich, auch im Video verkostet. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich die ein bisschen besprochen hatte. Ich weiß nicht, ob ich sie verkostet hatte. Und ja, das sind dann so Abfüllungen, die ich mir dann doch schon gern mal einschenke. An seinem Geburtstag und wann man das halt macht. An schönen Anlässen. Das heißt nicht, dass ich die nur alleine trinke. Aber provosorisch. Jahrgangs-Whisky ist etwas, was ich dann doch mal alleine auch für mich genieße. Wenn ich sage, ich setze mich da mal hin. Auch Samples kaufe und die dann für mich alleine verkoste. Von daher passt das dann schon ganz gut. Das war es schon. 18 Tage haben wir hinter uns. Morgen geht es weiter mit einer spannenden Frage am 19. Tag. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. 30 Tage haben wir in dieser Challenge hinter uns. Bald. Noch einige Tage sind offen. Also es geht heiter weiter. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Whisky du alleine trinkst. Und dann sehen wir uns morgen. Tschö. 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 Tschö.